Hallo und willkommen zurück zu Deponia mit eurer Eule. Und Rufus, der heute sehr konzentriert ist und verspricht, nicht wieder einzunicken. So. Der muss doch auch irgendeine Bedeutung haben. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Hm. Kann man dem vielleicht das Aufbrutschmittel geben? Ja. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Hm. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Magst du Kühl? Ah, 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 eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen, als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Er wird jetzt auf jeden Fall interessierter. Die geben ab zwölf. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da drauf setze. Du willst also einen Stierkampf? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ach. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Hehe. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Jeeha! Gleich nochmal. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Taurin. Rufus, du willst Blut entnehmen, oder? Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Boah, Kinderspiel. Na, Rufus? Hast du nicht mittlerweile eine Liegemulde in den Kakteen gebastelt? Stierblut, check. Andererseits sehen die nicht besonders stachlig aus, also... Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belegt. Ha! Oh, Schwarzpulver, besonders aufputschend, heiße Bohnen, lebende Flüssigkeit. Das heißt, das muss gemahlen werden. Bohni hat doch eine Mühle im Laden. Unser Papagei immer noch aus, ja. Bohni, ich will nichts kaufen, auch nichts klauen. Ich möchte nur Dinge in die Mühle stecken. Eine ganze Chili-Schote. Eine Prise Schwarzpulver. Ich bin mir ziemlich sicher, wer auch immer das trinkt, ist auf jeden Fall wahr. Aufputschmittel. Los, Rufus. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos, der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Mit Liebe gemahlen. Ah. Klares Wasser, energiereiches Wasser. Okay. Ein Dartpfeil. Ah. Kann ich da mit den Papagei wecken? Trotz des Stierbluts wacht er nicht auf. Falsche Blutgruppe. Wie kriege ich denn den Papagei wieder wach? Bohni? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Okay. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Warum geht das nicht? Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal hab ich dann etwas zu lachen. Und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein! Du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Hm. Ich muss weg. Das sag ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ich hab nicht mal die Box vom Aufbruchmittel behalten. Dann krieg ich die Hausapotheke vielleicht mit dem Dietrich auf. Moment. Ich möchte vorher noch einmal in den Becher mit den Haken. Vielleicht wird sie dann sauer. Oder vielleicht passt sie nicht auf. Finger weg von meinen Sachen. Finger weg von meinen Sachen. Ma. Roni, möchtest du nicht mal kurz aus dem Fenster gucken? Na gut. Dann nach Hause. Na gut. Na gut. Ich habe einen Dietrich. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Hm. Seltsam. Kaffee-Pulver. Möchtest du mal dran riechen? Mit dem Wachmacher bekomme ich ihn bestimmt wieder auf die Beine. Vielleicht kann Gizmo mir ja helfen mit den Papageien. Gizmo. Dr. Gizmo. Dr. Gizmo. Was denn jetzt noch? Ähm. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich höre. Möchtest du mal dran riechen? Ich will einen Notfall beurteilen. Ich will einen Notfall beurteilen. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel heftigeres. Etwas heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Okay. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern. Aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das tausendmal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch tausendmal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Na gut. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Ah. Wie kommen wir an Toni vorbei? Vielleicht gibt es ja in der Apotheke doch irgendwas, um dem Papagei zu helfen. Hier ja scheinbar nicht. So. Da lang. Hier vielleicht noch irgendwas? Und so, der Papagei. Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich nicht. Mist. Und ich war so sicher. Es steht alles in dem Rezept. Besorgt die Sachen und komm wieder zurück. Na gut. Ich glaube, wir brauchen den Trichter, um das hier anzufallen. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Nein. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Die Tasse ist noch leer. Mit Betonung auf noch. Na gut. Äh. Aber das Kaffeepulver. Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Ah. Kaffeepulver habe ich schon mal. Ich weiß noch nicht, wofür ich den Pfeil brauche. Und immer noch den Bohrer Dietrich. Und immer noch den Bohrer Dietrich. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Na, wenn du das sagst, Rufus. Vielleicht nicht die Papageien hier irgendwo reinlegen. Gefängnis muss der Vogel auch nicht. Da ist nur die Feuerwehrstange, um nach unten zu kommen. Kann ich den Vogel in den Baum setzen? Hey, du. Aufwachen. Junge, Junge. Den hat es aber echt mal amtlich ausgenockt. Das nützt also nichts. Aber ich kann zumindest, wenn ich hier bin, noch mal einen Ballon auffüllen. Das brauchen wir wahrscheinlich für die Batteriesäure. Da könnte ich den Ballon durchstecken. Ah, vielleicht, ich dachte, man kann den vielleicht da ranhängen oder so. Kaputt. Okay, das war witzig, aber nicht, was ich erreichen wollte. Ich bin ein bisschen verwirrt, was jetzt als nächstes kommt. Ich glaube, wir brauchen was, um Toni abzulenken. Damit wir uns den Haken holen können, damit wir den Ballon durch Wenzels Schornstein fliegen lassen können. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Ja, ähm, Pufus, ich glaube, du hast ein etwas verwirrt, Bild, wie Läden funktionieren. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Doch. Ich habe alles unter Kontrolle. Eben nicht. Pufus, der arme Papagei. Vielleicht ist irgendwas in der Hütte, was den Papageien hilft. Toni hatte was von einer Taube im Kühlschrank gesagt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Den Kühlschrank zu füllen ist Tonis Job. Ja, das Dachkirchen. Ich bin dafür, dass immer genug Platz da ist. Kann ich den Topf nehmen? Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ja. Kann ich das aufbohren? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Kann ich offenbar nicht. Das ist ein Waschbecken. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Rufus, in deinem Zimmer. Mach einen Seitenschneider, den wir schon wieder nicht mitnehmen können. Rufus, hast du da nicht ausgelernt? Hm. Hier ist auch nichts mehr. Na gut. Vielleicht weiß Hanik ja was zu dem Vogel. Hanik! Der Vogel ist kaputt. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Echt? Den Namen hast du dir gemerkt? Rangplan. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Ah. Also, Startpile. Nicht nützlich. Warte Nummer. Nicht nützlich. Richter. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Guter Plan. Rezept. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich hab doch schon genug Löcher in den Zähnen. Okay. Bora und Dietrich. Und Taurin. Naja. Holen wir noch einen Luftballon? Ja. Ich hab' ich einfach mal mit Lonzo gesprochen. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles. Sorg die Sachen. Ich präparier alles klar. Okay. Ähm. Sieht abenteuerlich aus. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1a. Das wollte ich hören. Wegen des Wassers. Lass laufen. Ähm. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Hm. Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kubak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach. Dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Na gut. Energierreich? Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Hm. Keine Ahnung. Haneck findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energierig. Frag ihn doch mal. Hm. Das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Haneck arbeitet doch direkt vor der Tür. Haneck! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Achtung kurz, du läufst doch schon den ganzen Tag um. Das schaffst du auch noch. Ich habe eine belebende Flüssigkeit. Rufus, Superdrag. Hm. Schon gut. Okay. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Na gut. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Das sind die Teile der Maschine. Ha. Rufus, ich weiß nicht weiter. Was hilft uns dabei? Wie können wir Toni ablenken? Können wir sie besonders wütend machen vielleicht? Damit sie ihre Beruhigungssachen braucht? Das probieren wir jetzt noch kurz. Toni! Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank. Nein. Ja, das hatten wir schon. Ich muss weg. Das sage ich schon. Aber du... Gewichte. Was man halt so... Hm. Kann ich hier noch irgendwas angrabbeln? Das Kram. Die Mühle. Fenster. Ah. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken. So wie das hier drauf steht. Okay. Punkt eins. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich ein Dreck um andere Menschen schert. Punkt zwei. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest... Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel. Mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen. Ausatmen. Autsch! Ey! Aua! Guck mal! So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt... Warte mal! Du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte! Ich verblute hier! Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch! Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier! Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden! Yay! Danke, Toni! Du bist die Beste! Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Rufus, du hättest Danke sagen können. Außerdem hat dir das doch schon Spaß gemacht. Gib's doch zu. Ah, hervorragend! Wir haben den Haken. Dann gehen wir nächstes Mal Wenzel einen Besuch abstatten. Aber für heute reicht es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen! Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!